Ein uriger Bahnhof an einer Eisenbahnlinie, die irgendwann unrentabel wurde. Aus der Nordbahntrasse wurde ein Freizeitparadies. In den Mirka Bahnhof zogen die Utopisten der Utopia statt. Bürger gestalten dort für Bürger, entwickeln in der Gemeinschaft immer neue Ideen und Projekte, genießen das Beisammensein und treffen sich bei kulturellen Veranstaltungen. Fortschritt hat für die Freunde der Utopia-Stadt sehr viel mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zu tun. Deshalb gibt es einen kostenlosen Fahrradverleih und eine Fahrradwerkstatt. Aber auch andere Werkstätten und Initiativen, die Nachhaltigkeit praktizieren, haben sich im und um den Mirka Bahnhof angesiedelt. Das Ziel aller ist Lebensqualität. Sie ist Thema von Diskussionen, Forschungsarbeiten und Kreativprozessen und wird schließlich auch einfach vor Ort genossen.